Guten Morgen! Leute, es freut mich, dass es euch so gut geht wie uns. Habt ihr gehört, wie glücklich Daniel schon ist? Hört zu! Das Werk am Kreuz ist genug. Und wir werden heute nicht über die Taufe im Heiligen Geist reden. Aber ich werde eine Schrift mit euch teilen. Aber auch einige meiner persönlichen Gedanken. So lange, wie ich zurückdenken kann, mochte ich nicht, dass der Beweis, dass man im Heiligen Geist getauft ist, in Sprachenreden ist. Weil erstens ist das nicht in der Bibel zu finden. Weil das ist nicht, was Jesus sagt. Und das ist auch nicht, was Joel vorausgesagt hat. Und das ist auch nicht die Erfahrung, die die Leute in der Apostelgeschichte gemacht haben, als sie getauft wurden. Und das ist auch nicht, was Jesus gesagt hat. Wartet, wartet, bevor ich mich steinigt. Und hört nicht Dinge, die ich nie gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass die Leute nicht in Sprachen geredet haben. Ich habe nur gesagt, dass ich nie die Idee mochte, dass es der Beweis ist, wenn man in Sprachen redet. Einer der Beweise. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, was haben wir gemacht? Wir haben gemacht, dass Sprachenreden der Beweis ist, dass man im Heiligen Geist getauft ist. Und was passiert? Wir beten für Leute, dass sie im Heiligen Geist getauft werden. Und das Wichtigste für uns ist, dass sie in Sprachen reden. Ich habe schon ganz viele Leute getroffen, die zwar in Sprachen redeten, aber sie waren nicht im Heiligen Geist getauft, weil was sie da redend waren, waren nicht in Sprachenreden. Das ist nicht die Sprache vom Heiligen Geist. Denn es ist ja eine Sprache. Und wenn ich rede, dann könnt ihr ganz klar unterscheiden, dass ich Sätze formuliere. Schau, was passierte, als sie vom Heiligen Geist getauft wurden. Die Leute waren schockiert, weil sie hörten sie die großen Taten Gottes verkündigen, ihre eigenen Sprachen. Und sie haben nicht einfach gehört, was sie gesagt haben. Aber sie haben die großen Taten Gottes verkündigt in ihren Sprachen. Und ich glaube, dass viele Leute, die glauben, dass sie im Heiligen Geist getauft sind, nicht im Heiligen Geist getauft sind. Also glaube ich, dass es wichtig ist, Sprachen zu reden, ja und tausendmal ja. Aber ich kann dir von der Bibel her beweisen, dass es da viel mehr Beweise gibt, dass du vom Heiligen Geist getauft bist, als nur das Sprachenreden. Zum Beispiel Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und schaut, dass wir angefangen hatten, Gemeinde zu gründen. Da habe ich den Leuten gesagt, dass mein grösster Wunsch ist nicht, dass fremde Sprachen aus euren Mundern kommt, sondern dass ihr kraftvolle Zeugen Gottes seid. Also was haben wir, die evangelikalen Charismatiker, getan? Wir wollen immer unseren Erfolg messen können. 49 Leute sind sicher. Deshalb sagen wir ihnen, dass sie ein Gebet nachdenken. 150 Leute wurden im Heiligen Geist getauft, egal wie, aber die Leute mussten einfach ein paar Wörter mir nachsprechen. Und die Leute, die von der Kraft des Heiligen Geistes umgefallen sind, und wenn das nicht reicht, dann stosse ich sie noch darunter. Und wisst ihr, mein ganzes christliches Leben lang habe ich dem Widerstand geleistet. Und wir hatten einmal einen Prediger, der in unsere Gemeinde kam, die wir angefangen hatten. Und für ihn war es ein Zeichen seiner Salbung, dass die Leute umfallen. Und so hat er alle nach vorn gerufen für Gebet. Und ich war einer der Hauptleiter dieser Gemeinde. Wisst ihr, was er getan hat? Wenn er die Hände auf die Leute gelegt hat und die Leute fielen nicht gleich um, da hat er sie gestossen. Aber das Problem war, ich stand hinter diesen Leuten und ich habe sie zurückgestossen. Und nicht eine Person ist umgefallen, weil ich habe ihn nicht gelassen, dass er die Leute umstoßen würde. Und er war sehr frustriert mit mir. Und ich habe ihm gesagt, wenn der Heilige Geist sie zum Umfallen bringt, ist es okay. Aber es ist nicht okay, wenn du den Heiligen Geist spielst und sie umstößt. Also ich habe euch gezeigt, dass die Taufe im Heiligen Geist wichtig ist. Und es ist biblisch. Aber es ist viel mehr als einfach in Sprachen reden. Und ich hoffe, ihr seid schockiert und aufgewühlt. Und Daniel mag es, wenn ihr schockiert seid. Also wir werden morgen weiterfahren. Bis morgen!